Hallo und herzlich willkommen zu Thalerbox Invest Smart statt Hard. In diesem Video gebe ich euch 10 Regeln, die ihr auf jeden Fall beherzigen solltet, um ein erfolgreicher Trader zu werden. Rezept zum erfolgreichen Trader Werde nicht zu gierig. Zwar sagt Gordon Gekko in seinem Film, Gier ist gut, doch das ist immer eine reaktive Handlung. Es ist viel besser proaktiv zu handeln, also sich nicht von seiner Gier leiten zu lassen und von irgendwelchen Summen, sondern man ist immer proaktiv handeln, sich vorher überlegen, was möchte ich. Triff keine Zufallsentscheidungen. Das Dümmste ist, in den Chart zu gehen und zu sagen, oh jetzt passiert gerade die und die News und ich handel dich einfach mal aus Zufall oder das passt gerade. Überlege dir vorher klar, Wege Worst Case, Best Case, Wege Erb. Benutze keinen zu großen Hebel. Viele verbrennen ihre Konten einfach, weil sie das falsche Money Manage haben beziehungsweise zu große Hebel. Sie sehen zwar, okay, ich kann damit 20% gewinnen, aber sie sehen nicht, dass sie damit auch 40% ihres Kontos in einem Trade platt machen könnten. Also hüte dich vor zu großen Hebeln. Handel niemals ohne Stopp. Viele, die eine gewisse Verlustposition laufen haben, haben kein Exit beziehungsweise haben sich kein Exit vorher durch einen Stopp festgelegt. Dadurch setzt wieder ein Prozess ein, der das Denkverhalten manipuliert und man sagt, okay, ich warte noch, ich warte noch, ich warte noch dann setze ihn wirklich auch in dem Chart oder wirklich physisch ein Stopp setzen. Vermeide emotionale Entscheidungen. Das ist natürlich immer ganz, ganz schlecht. Ich habe das früher noch vom Poker gehabt, wo ich dann emotional eine Hand verloren hatte und dann in der nächsten Hand versuchen wollte, wirklich dem, der mir das Geld abgenommen hat, das Geld wieder zurückzuholen. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Man muss wirklich rational bleiben und die Gedanken wieder zurückschrauben. Am besten, wenn man so eine emotionale Phase hat, sei es familiär oder durch andere externe Einflüsse, wirklich nicht traden. Das ist zwar relativ schwer, aber man muss es wirklich vermeiden. Und wenn man auch einen schlechten Tag hatte, dann vielleicht mal einen Tag Pause machen. Wirklich emotionale Entscheidungen vermeiden. Handeln mit Disziplin. Das beinhaltet, dass man sich vorher eine Agenda festlegt, dass man sich Regeln aufschreibt, dass man wirklich diszipliniert ist und nicht einfach, wie man schon gesagt hat, Zufallsentscheidungen trifft. Beachte dein Money Management. Das ist das gleiche wieder wie mit zu großen Hebeln. Man soll sich vorher sagen, ich möchte maximal 1% pro Trade verlieren, 2%. Nie mehr als x5 oder 10%, was schon viel zu viel ist. Man muss sich vorher einen Money Management Plan anlegen. Und man hat ja auch nur einen gewissen Teil des Tradingsgeld. Sein komplettes Vermögen sollte man natürlich auf mehrere Aspekte bzw. mehrere Branchen aufteilen. Handle nur, was du verstehst. Lass dir keine Produkte auf irgendwelchen Messen anreden, irgendwelche tollen Indikatoren, die irgendwas ganz Tolles machen oder irgendwelche Optionen, Binary Optionen, irgendwelche Derivate, die du nicht verstehst, sondern handle wirklich nur, was du verstehst. Keep it simple. Beschäftige dich damit. Wenn du es verstanden hast, handel es. Überwache deine offenen Positionen. Klar, du hast einen Plan dafür und weißt, okay, hier ist mein Take Profit, hier nehme ich meinen Gewinn mit oder hier steige ich aus. Aber du musst auch immer eine gewisse Zeit überwachen, deine Position, was passiert in der Welt. Gibt es irgendeine News, die sich auf meine Position auswirken könnte? Irgendwelchen nicht einberechenbaren Faktoren? Und das Letzte, handel niemals ohne Strategie. Zwar macht die Strategie noch 10% deines kompletten Erfolgs aus, doch ohne Strategie einfach blind reinzugehen und nach Gefühl zu handeln, ist relativ schwierig beziehungsweise, selbst nach Jahren Erfahrung ist es auch für professionelle Trader schwierig. Deswegen legt ihr eine Strategie zurecht und handelt die stupide ab. So, ich hoffe, diese Tipps können euch helfen, erfolgreicher am Traden zu werden. Und das Beste ist, ihr schreibt euch diese Regeln auf, druckt sie aus und klebt sie neben euren Desktop. Ich habe euch unten in der Beschreibung und im Video verlinke ich euch per Anmerkung, auch nochmal ein Downloadpad PDF, wo ihr es nicht mehr aufschreiben müsst, sondern auch ausdrucken müsst. Ich selbst habe es mir aufs Mauspad gemacht, damit ich die Regeln immer vor Augen habe. Ansonsten, wenn ihr mehr großartige Videos über Finanzen und Anlegen wollt, dann subscribe doch meinen Kanal oder checkt meine Webseite. Dort gibt es mein Depot von Privatkrediten und Social Trading. Oder schaut meine anderen Videos, Forex Trading für Anfänger. Wie kann man immens schnell in Forex lernen, ohne eigenes Geld zu investieren? Dazu gibt es die Antwort im Video. Oder 15% Rendite mit Privatkrediten. Ist das möglich oder nur Hokuspokus? Die Antwort gibt es in dem Video rechts unten. Ansonsten bleibt mir gewogen, frohes Investieren und good luck. Bis dann, euer Basti. Bis dann, euer Basti.